Und damit, äh, lasst es, äh, lasst uns, äh, weitermachen, ähm, mit, mit, mit Uri, aber zuerst schauen wir mal, was der gute Slotter uns geschickt hat, auf dem Handy. Ah, ich, äh, ah, ich verstehe, ähm, das ist kein Bugslotter, das ist doppelte Sicherheit, das ist alles, doppelte Sicherheit. Ah, dankeschön. So, ähm, wenn ihr das Bild sehen wollt, um das es gerade geht, ähm, könnt ihr in den Chat Ausrufzeichen Discord eingeben oder ihr schaut unter den Stream und unter das Video in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu meinem Discord-Server, dort könnt ihr dieses wunderschöne Bild von einem doppelt gesicherten Tresor, das ist kein Bug, das ist ein doppelt gesicherter Tresor, könnt ihr da sehen. Ist im Spam, ja, hab ich gesehen. So, machen wir mal weiter. Wir kennen das doch irgendwoher hier. Aha. Ja, oder hier. Guck mal, es geht auch ohne dabei drauf zu gehen. Ja, aber wenn ich ihn öffnen will, dann ist die eine Tür im Weg. Und wenn ich ihn wieder schließen will, dann ist die andere Tür im Weg. Haha. Tobi, dankeschön für deinen Host. Ähm. Ich frage mich ja, ob ich erst vier von diesen Kugeln hier brauche, damit ich durch irgendeins dieser Tore hier durchkomme. Oder da. Ja, da müssten wir ja sowieso erstmal hin. Und hallo Tobi, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Äh. Fähigkeitenpunkte gibt's hier. Ach, das ist schon ein Ding. Hm, wie gesagt. Irgendwie muss es weitergehen. Tobi, hast du natürlich, hast du nebenher auch Netflix auf, damit der Stream lag freiläuft. Kapper. Die andere Frage, wie geht's dir denn überhaupt? Ich muss da runter. So. So. Gut, das wollen wir doch alle hören. So soll das sein. Endlich. Vielen Dank dafür. Gut. Zieh mich nachher runter zum Drug Talk. Weil Stream laggt. Alles klar, speichern, wenn's geht. Ja, Slotter. Haben wir gerade getan. Und, äh. Jetzt. Jetzt geht's weiter. Nein. Nein. Nein, man soll Tobi nicht runter... Ach so. Wow. Machen wir es in der Richtung zuerst. Dann ist es einfacher. Zack. Das Tolle ist nämlich jetzt einfach schlichtweg der Umstand. Dass wir hier oben ein Energiekristall haben. War das ein geiler Move oder war das ein geiler Mood? Du bist ein Nehmann. Du bist ein Nehmann. Du bist echt schlecht. Good God. So. Nein. Nein, man soll Tobi später moven. Aber wir sind ja noch nicht beim Talk Truck. Das kommt ja noch. Ah, man muss es nur wollen. Zack. Zack. Stirb. Drı. Tschüss. Bleh. Huh? Stopp! Kartenstein! Aber wie sollen wir da hin? Müssten wir irgendwie so... So... Ach, moving! I like to move it! Aua! Hä? Das bringt mir genau was? Ja! 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 Ekelhafte Kröte! Geh! Weg! Weg! Ahem. Eww. Wieder so ein komisches dampfendes Ding. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir tun. Speichern oder das Ding kaputt machen? Wir gehen erstmal da runter. Oh wow. Hallo Alex, ich begrüße dich. Hallo zweitbeste Person mit Lott im Namen, die ich kenne. Ähm. Hi. Erstbester Alex, den ich kenne. Und hallo Panda, ich begrüße auch dich. Oh wow. Wow. Ich... Mir fallen gerade drei Sachen auf. Die kann ich aber nicht alle aufzählen. Ich kenne drei Personen mit Lott im Namen. Äh, ja. Und jetzt ist die Frage, wer ist der zweitbeste davon? Hm. Also, ich würde gerne... Loot oder Lott? Ne, schon Lott. Okay. Hallo Alex, hallo Panda, ich begrüße euch. Wie geht's euch denn? Ich vergesse das jedes Mal zu fragen. Und das ist schlimm. Lott und Lott ist auch ein Unterschied. Lott und Lott ist auch ein Unterschied. Da sagst du was. Da sagst du was. Ich bräuchte Energie. Okay. Dann halt... Aua. Dann halt in kleiner. Oh. I got some energy. Nice one. Okay, Internet sagt nein, Switch. Ach nein, Panda. Böses Internet. Ich dachte du... Du hättest jetzt mit dem neuen Internet keine Probleme mehr. Also, was heißt mit dem neuen Internet? Das neue Internet, das schon seit... Ähm... Hier entsprechende Zeit dabei einfügen, nicht mehr neu ist. Aber ja, es geht ums Prinzip. Ich hätte gerne das Kartensteinfragment. ... Nur keine scheiß Ahnung, wie ich da hinkomme. Hmm. 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 ... Jamie. Ah... Ja... genau, genau, consciously. Ah, so knapp. Aua. Oh, wie zufällig. Wir haben eine Seelenverbindung. Welche Überraschung. So, was haben wir denn hier? Ermöglicht es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Das ist die Waffen, der Waffenarm. Oh, wie zufällig. Neu formieren, Vitalitätseffizienz oder Streuflamme. Wir sollten da weitermachen. Ich merke es schon. Wir haben hier die besseren Possibilities. So. Jetzt können wir weiterreden über... Holy shit. Habt ihr es gesehen? War das krass, oder war das krass? Eh, komm her. Yep. Lass mich in Ruhe. Aua. Tschüss. Tschüss. Ähm, so. So, zack und zack. Uh. Nice. Das macht's, äh, macht's das leichter, macht's das leichter. Hm, unter Umständen, wir sind gar nicht mehr so weit von unserem Ziel entfernt. Und Alex ist tot. Er redet nichts mehr. Das sieht interessant aus. Da will ich hin. Irgendwie. Mal schauen, ob wir das schaffen. Dann müssen wir zuerst mal wieder da hoch. Sollte doch hinzukriegen sein. Aber wir gehen nach da weiter. Ah. Das ist ein Geisterportal. Hm. Hm. Würdest du bitte gehen? Dankeschön. Ich hab keinen Bock auf dich. Geh weg. Dankeschön. 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 Hm. Ich glaube, der Stein muss in die andere Richtung. Machen wir nochmal. Ist ja so wertlos. Okay. Ja, hm. Oh. Grandiosität. Wir sollten uns merken, dass wir den Kartenstein nach dem Speicherpunkt eingesetzt haben. Ja. Ah, was da schon mal ist, das kann man da ja lassen. Werden die anderen Seelenverbindungen eigentlich auch aufgehoben? Nein. Gut. Also, es gibt irgendwann die Fähigkeit im Wasser zu atmen. Darauf arbeiten wir jetzt mal hin. So. So. Hmm. Hi. Da. So. Ah. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Gut. Uuut. Oha. Huch. Ups. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das denn? Da gehen wir nicht hin. Nein. Ich wollte eigentlich dann nach oben. Wir nehmen Bikini-Board und entschieden, dass wir anders hin. Zack. Ist das der gesuchte Ginso-Baum? Nein. 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 Oh! Oh Ich muss weiterlaufen Ein Gurmon aus den Elendsruinen Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen Lass uns holen, was er gestohlen hat Neues Ziel, gewinne die Wasserader zurück Ohne die Wasserader bleibt der Ginsobaum verschlossen Tell me Stop Kann ja nie schaden Aua Lol Guck mal Ihh 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 Energiesterne Au dann versuche ich das gar nicht erst weiter so Oh, hi. Ahhhh... Ich stecke mehr oder weniger in einer Sackgasse fest. Oh, hey. Au doch in ruhe so könnten wir uns jetzt den fähigkeiten punkt erfahmen so drei minuten so so Puff. Ich glaube, ich habe jetzt so langsam das Prinzip dieser Pflanzen verstanden. Die lassen sich triggern. Stehe ich da, rischel ich hier und kommt die Pflanze raus. Stehe ich wieder da. Hammer! Ist sie wieder weg. Ach ja. Und ich glaube, mit dieser Unsinnigkeit lassen wir es auch für heute wieder. Danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Das übliche kennt ihr ja. Daumen, Abo und teilen. Ich sag tschüss. Macht's gut. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.